Hallöchen und willkommen zum Regensimulator 2017. Heute mit dem Regenorganisator Drachenklaue LP. Guten Tag. Und der Wingstürmer, äh, verwerflicher, ich hätte doch gerne mal ein besseres Schwert, äh, Kraxwurst. Noch länger ging das jetzt nicht, ne? Nein. Oh, ist Regensterne. Äh, das sind Meteoriten. Oder das können auch Bröckelhusten sein. Iiii. Iiii, genau, weggehe. Oh, da kommt dritten Gegner. Oh, ich muss mich heilen. Ach, das ist der, der pfeifende Affe. Naja. Genau, der fucking Affe. Äh, das hast du gesagt, nicht ich. Du hast doch fucking Affe gesagt. Nein, ich hab pfeifenden Affen gesagt. Pfeifenden Affen, okay. Äh, Achtung, Gegner von rechts. Hihihihi. Ich bin gestohlt, ich bin gestohlt, Alter. Frau Sprechzen, tu da auch gleich rein. Ja, ich liebe die Gefahr. Hammer. What the heck, what the heck. Was haben wir denn hier? Nicht viel. Oh, okay. Das ist sehr viel. Oh ja. Aua, das tut doch weh. Habe ich auch verstellen müssen, dass das wehtut. Das ist ja, ah, nee. Ja. Ach, da vorne liegt, äh. Oh, ich glaube. Das ist eigentlich auch ein kleines, nettes, schönes, geiles Gebäude. Alter, Hilfe, 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 Hilfe. Auch ein netter, kleiner Unterschlag hier. So was ähnliches muss ich mir auch mal bauen. Ja. Ich will mir so eine nette, schöne, kleine Siedlung aufbauen. Meinst du privat? Ja. Nein. Ja oder nein? Ja oder nein? Also privat mit unseren Zuschauern zusammen. Ah. Also, wer eine Siedlung kostenlos zur Verfügung hat, immer gerne in den Kommentaren schreiben. Ich post bitte an drachenklaue. Ich hätte gerne neue Wohnung.de. Ja, genau. Ja komm, die Fiber nehmen wir mal mit. Ja, da brauche ich ja. Ich habe ja nichts mehr. Alles verloren. Ich bin ein armer Drache. Ich habe nichts mehr. Ja. Ja. Spende bitte an drachenklaue. Ich hätte gerne nicht spenden.de. Ja. Ja, ja. So. Na, da haben wir ja mal wieder ein bisschen was zum Herstellen. Ja. Kommen wir denn hier noch so lang? Ah, da ist noch Fiber. Und da ist noch mehr. Da geht es noch weiter. Ja, da ist noch mehr. Ja. Ah, da ist ein Ende im Gelände. Gut. Äh, da oben ist Kohle. Wo? Wo? Ja, über dir. Hast du mal ein bisschen was zum Stecken? Was zum Stecken? Ja. Ja, hier so Erd oder sowas. Achso, ja. Nee, ja. Nee, nee. Warte. Ja, warte nix. Ich hatte mal. Ich weiß nicht, ob ich noch was habe. Ich gucke mal, ob ich noch was habe. Ja, ich habe noch ein paar Dreck. Äh, ja. Ich habe noch ein bisschen Mut. Was Mut da Mut, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ach ja, meine Kohle und Kopper, das ist ja auch alles weg. Baba. Ah, 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 ah. Ja, ist alles Fuchikator los? So. Alles abgebaut. Ja, ähm. Das wäre natürlich schön. Ich müsste mal, dann müsste mal wieder ab und zu nur dann aufs Schiff und seine Sachen sichern. Ja, ich glaube, das sollten wir gleich mal tun, ne? Würde ich sagen. Naja, jetzt doch nicht, aber, äh. Äh, in näher Zukunft. In näher Zukunft sollte man das wohl mal machen, ja. Wow. Äh, gegner. Wolle, 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 wolle. Na, komm, Baby. Baby, come on. Oh, Baby, come on. Aua. Alter, da ging ja ab wie Schmickskack. Weg war er. Oh, nein. Ei, 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 ei. Äh, ne. Äh. Äh. Ich glaube, das war keine gute Idee, Benny. Warum? Ist doch alles gut. Weil ich habe hier die ganzen Gegner jetzt. Deswegen war es keine gute Idee. Komm her. Wo läufst denn du hin? Alter, wat a techie. What the hell? Also, ich weiß nicht, ob die Gegner schwerer geworden sind. Das kann gut sein, ja. Oder wir sind einfach nur zu blöder geworden. Äh, das kann natürlich auch sein. Ich tippe eher auf das zweite. Ja, das lässt sich besser erklären. Ja, ich glaube auch, ja. Definitiv. So. Äh, da vorne liegen noch ein paar Pixel. Und von rechts kommen gleich wieder ein paar Gegner. Ja, ich will hier mal ein bisschen Holz hacken. Ah, ja, das hätte ich auch mal noch. Ja, okay. Cotton seed ist schön. Ja, für Wolle. Genau. Na, ich spiele mal gleich noch eine Runde V-Rolle mit Wolle. Ja. Heiß seed, auch schön. Ja, die Preise ist, äh, werden wir uns dann hier, ah, oh, da war ja ein Loch. Da war ein Loch, ja. Äh, werden wir uns hier auf dem Planeten breit machen oder werden wir uns einen neuen Planeten suchen? Ah, ne, wir müssen ja erstmal hier bleiben. Ja, eigentlich schon. Weil wir haben ja keine Möglichkeit, weil, äh, Schiff halt, äh, so ein bisschen, äh, wir sollen ja auch nachgucken, wo diese mysteriöse, äh, Nachricht herkommt, ne? Auf diesem Planeten, irgendwie um was zu finden. Ja, ja, da, da kommt ja auch noch dazu. Ja, ey, Quicksalama. Oh, immer diese Wände, das ist doch schlimm. Ja, ich nehm mal die, äh, komm ich hier nicht dran? Ach, er, ja, er will sich hier durchpicken. Ja. Hab ich davon eigentlich auch noch eine? Auf, äh, Woody Woodpecker. Jo, hab ich auch noch eine von. Schmeiß ich die denn mal hin? Äh. Ich helfe dir mal. Ja, besser ist das. War meine Schung zur Hälfte kaputt. Oh, Kohle. Ja, dann nehmen wir den Ohrle eben nochmal mit. Ja. Immer her damit. Äh, willst du hier rum? Ich dachte, wir wollen ihn hoch. Ja, könnte man auch, ne? Äh, ja, der schafft es und ich bin zu Glück zum Springen, ey. Naja. Oh, wir haben den Planeten umrundet, hier waren wir schon. Äh, vielleicht gibt es hier auch doppelt. Nee, wir haben hier weggebaut. Mann, 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 Mann. Also ich würde sagen, wir haben den Planeten umrundet. Ja, weil hier auch, dass ja die Pflanzen schon abgegrast sind. Ja, und da ist wieder der pfeifende Affe. Ja. Der Assi-Affe. Da liegt noch Kupin, aber das ist schon wieder so ein Dreck-Affe. Ja, hier bin ich gestorben. Wir haben den Planeten umrundet. Das heißt, wir sollten uns jetzt eine Stelle suchen, an der wir vielleicht einen kleinen Posten errichten. Deswegen würde ich hier gerne nochmal wieder runter. Ja, 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 ja. Aber nicht ganz runter, bitte. Alter, wie grabst du dich denn bitte runter? Wie bei Minecraft? Äh, sehr gefährlich gerade runter. Genau, sehr gefährlich gerade runter. Warum hast du jetzt... Ich bin... Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... mich, äh... runter. Na, so wie du. Ja? Äh, bin dann abgerutscht und bin dann nach unten gefallen. Ja. Und da sind wir an den ganzen Sachen. Also, wir sollten uns... Oh! Ich sollte was essen? Äh, ja. Wie solltest du? Ich piepe. Aber der Vorteil, wenn man stirbt, man hat wieder voll den Hunger. Äh, das Bacon bringt jetzt aber nicht so viel, ne? Ja, ich hab mir es mal gekauft. Ja. Da, ich hab jetzt gleich alle gefressen und bin immer noch nicht voll. Du bist? Ja. Die bringen richtig wenig. Okay. Äh, ja. Wir wollten uns eine Stelle suchen, Herr von uns. Ja. Und keine Hüse durchsuchen. Lass mir. Nein, ich lass dir nicht. Ich wollte wissen, ob hier noch irgendwas Interessantes drin ist. So. Ja, ich wollte ein bisschen weiter runter und, ähm, genau. Dann eine Stelle suchen, wo wir uns ein kleines Häuschen hinbauen. Um dann... Oh, da kommt ein Gegner. Äh. Aua. Um dann, äh, praktischerweise anzufangen, äh, in die Tiefe zu gehen. Äh, ja, das muss ich hier machen. Wollen wir das hier machen? Und wir uns hier mal eben eine gerade Fläche schaffen. Weil da haben wir, da haben wir direkt die Höhlen, äh, den Höhleneingang. Ja, dann brauchen wir uns nicht runtergraben. Passt. Okay, dann fangen wir mal ein bisschen an zu bauen. Ja. Oh, muss ja auch mal sein, nicht? Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir so eine kleine Basis. Können praktischerweise von hier anfangen, ja, uns in die Tiefe zu buddeln oder halt in die Höhlen reinzugehen. Richtig. Die Sachen nachher abzulagern. Ja, richtig abzulagern oder neue Sachen zu finden. Besser Rohstoffe. Und wir müssen halt auch langsam gucken, dass wir halt auch die ersten Rezepte uns mal quäften hier. Genau. So, wir bauen aus. Äh, machen wir, machen wir das aus Holz, würde ich sagen, ne? Den Boden will ich aus Holz machen. Äh, Woodenlock, da müsste ich jetzt mal Timber. Timberwolf, genau. Ich, äh, tue dann nochmal ein bisschen Holz fahren, ne? Ja, mach das mal. Apropos Holz, warte mal, ich glaube, ich müsste noch ein paar, äh, Woodenlocks im Inventar haben. Dann kriegst du dich gleich. Ja, ich hab auch schon. So ist er nicht. Ja, ja. So. Ich baue hier mal ein Holzbläden rein. Oh, aus Augsburg, Blank. So. Die Frage ist, reicht doch von der Größe her oder sollen wir noch ein bisschen größer machen? Ich glaube, von der Größe her erstmal reicht das. Da ist mein Holz schon alle. Oh, warte mal, ich quäfte die mal ein bisschen. Ich hab mir gerade 455 Holz gequäfte. Ja, und ich hab auch nochmal 300. Also, ich hab über 1000 Stück. So, da muss ich das aber wieder abbauen. Okay, dann helfe ich dir mal eben. Damit hier eine Tür reinkommt. So, genau. Die ich wahrscheinlich auch nicht mehr im Inventar habe. Genau, dann kommt da später die Tür rein. So, das müssen wir wieder abbauen hier. Das war das hier. Und das hier. Und das hier. Hier die Tür rein. Dann kommt hier vorne gleich eine Treppe noch hin. So, genau. Doch, die Tür habe ich sogar noch. Die Tür hast du sogar noch. Ja, das ist ja geil. Ähm, ja. Wooden-Plattform können wir uns machen. Was? Der braucht für die Wooden-Plattform Fiber. Okay. Okay. Wofür braucht denn bitte Wood-Fiber? Äh, kannst du eine zweite Tür kräften? Oder muss ich erst dieses Inventory-Dings aufbauen? Äh, eine Plattform. Also, ich kann so keine Tür bauen. Ich glaube, da musst du den Inventory-Stab. Ja, da steht er. Ah, da können wir... Ja, die, äh, kräfte ich mal. Und wie können wir uns irgendwo... Äh... Ach, mir fehlt ein Campfire. Okay, dann muss ich mir erst ein Campfire gleich noch kräften. Und wie... Ja, ein Campfire wäre echt nicht schlecht, dass wir sie ihn mal hinstellen. Mir fehlt jetzt natürlich Wooden-Lock. Äh... Wie baut man jetzt ein Crafting-Table? Äh... Ja, warte. Äh... Den Crafting-Table machst du unter C. Äh, dafür brauchst du Wooden-Lock und Timber. Warte, ich geh mal ein bisschen... Ja, das ist ja der Inventory-Stab. Aber der... Der andere, wo man dann... Wooden-Workbench. Ah, okay. Ja. Ich geh mal ein bisschen... Ich geh mal ein bisschen... Ja, ich auch. Wir brauchen Wood-Locks. Genau, die... Oh, Gegner, Gegner. Ich hau ab, ich hau ab. Gibt er denen auch noch Glück? Ja, sorry. Und warum ist mein Schwert wieder weg? Ah! Okay, es gibt eine... Es gibt zwei Inventare. Benni, oben... Oben links. Beim ersten. Beim ersten Slot. Kannst du umschalten. Ah, okay. Wie umständlich ist das denn? Ja. Das hab ich gerade auch gemerkt. Also hast du dein altes Schwert noch? Äh, nee. Gar nicht. So, jetzt muss ich mich erst mal heilen. Der hat mir jetzt... Ich hab ganz schön einen reingegeben. Ja, da wurde Drachenklaue beinahe zu Zwiebelmet verarbeitet. Ja, ja. Das war jetzt gerade schon so völlig verdreht an der Maus und gar nicht richtig gepeilt hier, ne? Ja. Ich glaub, du solltest genug Wood-Locks haben. Ich hab genug, ja. Der geht nicht. Also, dann baue ich mir jetzt erst mal ein Campfire, genau. Dann baue ich mal die Wunden-Workbench. Und dann können wir uns noch mal schön... Hallo, Digga. Oh. So, weil, äh, ich muss dann auch mal dafür sorgen, dass wir irgendwie... Links kriegen wir. Ich mach mir mal ein zweites Campfire. Wo ist denn jetzt die Workbench? Inventory. Da. Wo ist das Campfire? Campfire, Campfire? Ach da. Hab ich die Workbench noch gar nicht gebaut. Ne, da brauch ich auch einen Dicken für. Äh, primär... Vor... Ah ja, ich mach mal den Furnace. Oh, die brauchen jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Ja. So, Walkbench. Wooden-Dore. Ich glaub, den stellen wir direkt mal hier an, ne? Kämpfer ja hin. So, da... Oh, wir können uns Alvinbars herstellen. Geil. Äh, dann machen wir das direkt mal. Wirklich ein Stück. Aber der kickt, äh, ziemlich schnell. Hoppa. Fertig. Alvinbar kann ich nochmal herstellen. Da ist die Tür drin, ne? Okay. Äh... Spinning Wheel. Äh, die Wooden Workbench hast du schon aufgebaut, ne? Ja. Die steht da. Äh, den Anvil müssen wir uns noch craften. Und diesen komischen vorengen Table, was? Ach, das ist der, äh, dass wir uns essen craften können. Okay. Okay. Joa. Äh, ja gut. Okay. Äh, dann stellen wir mal den Kollegen hier hin. Ja, wie gesagt, die Räume werden dann später noch auf, äh, aufgeteilt. Ja, wir... Genau, wir brauchen jetzt erstmal hin, dass wir es haben. Genau. Ah, hier können wir uns die Sachen kräften. Okay. Da brauchen wir Stringsfirmen. Äh, Wooden Fabrik. Okay. Okay, für die nächste Rüstung brauchen wir Wooden Fabrik. Okay. Gab's denn nicht irgendwie eine Taste, wo man sich das abgleichen konnte? Ach, nee, das war bei dem Typen. Bei dem Typen, wo wir das gemacht hatten. Genau. Aber dann, äh, da hatten wir, äh, in der ersten Staffel hatten wir ja so einen Typen angesprochen, da konnten wir das abgleichen. Okay. Was wir dafür brauchten. Okay. Kann ich mir irgendwas zu essen herstellen? So, ich müsste mir eigentlich... Wooden Waterwing Can kann ich mir bauen. Ich müsste mir eigentlich mal ein Dings bauen. Hier, äh, eine Hoe oder sowas. Okay, Wooden Waterwing Can. Ah, okay, dafür brauchen wir Green Dye, Red Dye und Tungsten Bar. Okay. Cobblestone, ne? Oha. Timber, Wood, bla, bla. Und Ding, okay, Handingsbier kann ich mir bauen. Was kostet denn die... Ach, man kann sich sogar jetzt ein Flechwerk selbst herstellen. Eine was? Hier, äh, hier eine Taschenlampe. Eine Hoe, was brauche ich für eine Hoe? Timber, Copper Bar und String. Äh, Copper Bar habe ich, warte mal. Aber, äh, ja, String hast du keine, ne? Was ist denn String? Ähm, Fäden. Ich habe einmal... Leidenfäden. Ich habe einmal Cotton. Achso, dafür brauchen wir wahrscheinlich den... Das Spinning Wheel. Ja. Warte, ich baue das einmal. Da, äh, Copper. Ne, das Spinning Wheel habe ich schon gebaut. Warte. Muss nur nur aufstellen. Ja, jetzt habe ich es auch nochmal gebaut. Egal. Genau, da kann ich jetzt nämlich String herstellen. Ja, und ich mache mir mal eben die Fiber. Du brauchst String, Plan Fiber. Achso. Da, 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 da. Da, 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 da. Äh. Was kommt denn da gerade? So. Oh, ich sehe gerade, Leute. Die Zeit rennt leider wieder davon. Ja, leider, leider. Oh, ey, ich würde gerne noch so... Aber ich brauche mir jetzt nochmal eben die Home. ...nochmal fünf Stunden, äh, anschließen. Weil ich nämlich... ...dann mit der Home wir uns mal... ...den wir in der nächsten Folge Felder erstelle, ...dass wir ein bisschen Nahrung rankriegen. Ja. Alter, ein bisschen groß, ne? Ah, ja. Der Mann, der mit der Hacke kam. Ja, da, Sensenmann. Hier ist er. Ja, ja, ja. Ja, der Sensenmann des nächsten Vergangs. Äh, ich brauche nach und ich brauche was zu fressen. Äh, ich brauche auch was zu fressen. Ich habe leider nur Becken. Tut mir leid. Warte. Äh, hier, warte. Ich habe hier noch... Ich habe mir gerade... Ich mache mir gerade was zu essen. Okay. Reis. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder zu einer Runde Starbound in der Staffel 2. Und würde sagen, bis dahin, gehabt uns wohl. Bleibt so, wie ihr seid. Und immer schön auf die Kanäle klicken, nicht? Bis dahin. Ciao. Ciao. Bye, bye. Ciao.